Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Ich lasse mir hier gerade noch eine Limo raus und dann zeige ich euch die drei besten Tuner. Die stehen nämlich hier unten in meiner Tuner-Werkstatt. Mit Tuner meine ich natürlich jetzt nicht die Autos, die man jetzt am besten tunen kann, sondern es gibt ja jetzt die Kategorie Sportwagen, Supersportwagen und Co. Und somit gibt es auch die Tuner-Kategorie. Und ja, da gibt es eben sozusagen diese Straßenrennen, die mit einem neuen Tuner-DLC dazugekommen sind. Es sind insgesamt sieben verschiedene Rennen und dafür sind die Autos zu gebrauchen. Für was andere sind sie nicht zu gebrauchen. Aber auf jeden Fall, hier steht schon die Nummer drei, wo ich mich schon ein bisschen schwer getan habe. Aber ja, wir reden hier vom Sultan RS Classic. Wie komme ich jetzt überhaupt drauf, dass der Sultan RS Classic auf Platz drei ist? Es ist ja immer sehr, sehr interessant, wie man, ja, sag ich mal, auf das Ergebnis kommt. Optisch gesehen muss ich jetzt einfach mal sagen, was damit jetzt zwar nichts zu tun hat, finde ich ihn sehr, sehr schön und würde ihn, ja, eventuell sogar auf Platz eins geben. Ist halt einfach voll mein Geschmack. Aber um das soll es ja nicht gehen. Er ist auf Platz drei aus sehr, sehr gutem Grund, weil es ist einfach eine Mischung aus Platz eins und Platz zwei, was wir uns jetzt dann gleich anschauen. Das muss man einfach mal fairerweise sagen. Er ist weder in dem einen Bereich so gut wie der andere, noch in dem anderen Bereich so ein Experte. Darum ist es halt einfach so eine Mischung. Würde ich dann jetzt sagen, wenn man sich jetzt nur ein einziges Auto zulegt, ob man sich dann den Sultan RS Classic zulegen kann, sollte, das ist natürlich sehr, sehr schwer zum Beantworten. Denn ich sage mal so, wenn wir jetzt hergehen und wirklich für die Straßenrennen-Serien sehr, sehr gut vorbereitet sein möchten, was die Autowahl angeht, dann würde ich definitiv halt sagen, na gut, man muss sich halt Platz eins und Platz zwei, muss man sich beide Autos kaufen. Wenn man jetzt aber sagt, ja gut, ich möchte mir aber nur ein Auto kaufen, ist dann der Kandidat hier der Beste, weil es ist halt ein Kompromiss aus, ja, Platz eins und Platz zwei, schwer zum Sagen, denn er ist definitiv nicht anfängerfreundlich, er lässt sich sehr, sehr schwer fahren, ist eher was für Fortgeschrittene, sage ich mal. Und dann, ja, wenn man fortgeschritten ist, hat man wahrscheinlich auch schon, ja, so viel gespielt, dass man sich auch zwei Autos holen kann. Und von dem her würde ich eher sagen, eher nein, würde ich sagen. Also es bleibt wirklich auf Platz drei, auch wenn man sagt, man kauft sich nur ein Auto. Platz drei kennen wir jetzt, das ist der Sultan Erstklässig, aber jetzt wird es natürlich ein bisschen spannender, jetzt schauen wir mal zum Platz zwei, zum Karin. Karin Kaliko, GTF, so heißt er mit vollem Namen. Ist ein Sportwagen, ist wie, ja, alle drei Wägen sind hier am Rande, sind Sportwägen, da kann man auch für die Kategorie Sportwägen nehmen, lasst sich aber dafür absolut nicht eignen. Also da lieber Finger weg, da sind andere Sportwägen definitiv besser. Also wir bleiben hier wirklich in der Tuning-Kategorie. Wie komme ich jetzt drauf, dass dieser Kandidat hier auf Platz zwei ist? Aus allererstes möchte ich mal ganz kurz noch mal was zum Tuning sagen. Einfach die Optik, einfach, dass ihr meine Meinung auch zu der Optik habt, auch wenn es jetzt hier eigentlich keine Rolle spielt. Optisch muss ich sagen, gefällt er mir überhaupt nicht. Also kommen wir direkt doch mal dazu, was die Leistung ja angeht für die Straßenrennen. Der Kaliko hat einfach eine super, super Endgeschwindigkeit und darum bietet er sich einfach hier ideal, ja, für Strecken, die ein bisschen schneller sind, die ein bisschen einen Top-Speed dabei haben. Da haben wir zum Beispiel unter anderem außer Strand und Band und nach Büroschluss. Das sind wirklich zwei so Strecken, wo ich sagen kann, ja, da lohnt sich wirklich der Kaliko. Ja, ist er der Beste, der performt er wirklich am besten. Also man, ja, ich sag mal so, es gibt ja insgesamt sieben Straßenrennen. Aktuell halt noch, kann natürlich auch immer mehr werden, keine Frage, weiß man ja nicht, was jetzt Rocks davor hat. Aber für diese zwei Straßenrennen wähle ich immer den Kaliko aus, denn da, ja, macht er einfach die schnellsten Runden raus. Für die anderen fünf Rennen, ja, es gibt noch ein, zwei Rennen, da ist er gleich schnell wie der andere, aber nehme ich trotzdem den anderen lieber her, so Platz 1, so wie dem wir jetzt ankommen. Aber auf jeden Fall für die zwei Strecken mit den größten Topspeed kann man definitiv den Kaliko hernehmen, denn er, ja, er haut halt richtig rein. Wir können uns das jetzt dann auch mal nachher anschauen im Vergleich, was eben die Endgeschwindigkeit angeht, den Topspeed angeht, im Verhältnis zu Platz 1. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Teil des Videos, was natürlich am allerspannend ist und was wahrscheinlich auch ja, ja, jeden interessiert am meisten, und zwar der Nummer 1 Kandidat. Und das ist der Impero, absolut mein absolutes Lieblingsauto, mein absoluter Favorit. Aber warum er so gut ist, ja, was ihn da wirklich ausmacht, wo sind seine Stärken, das erfahrt ihr jetzt. Wir schauen uns jetzt erstmal die Höchstgeschwindigkeit an. Wie gesagt, der Kaliko auf der linken Seite ist eben das Auto mit der höchsten Höchstgeschwindigkeit und daher eignet er sich halt auch am besten für die Strecken mit den Topspeed, die zwei Strecken, die ich euch eben vorher gerade gezeigt habe. Aber es ist ja so, es gibt insgesamt sieben verschiedene Straßenrennen und zwei davon haben eben, ja, dementsprechend einen Topspeed, dass der Kaliko schneller ist. Tätig jetzt eben von diesen sieben Rennstrecken fünf Strecken geben statt zwei, wo es eben mehr um Topspeed geht, dann wäre der Kaliko definitiv meine Nummer eins. Aber daher es halt nur zwei Strecken gibt, die eben Topspeed-Strecken sind. Also Topspeed-Strecken ist eh übertrieben, aber halt, wo er sein Topspeed halt auch nützen kann, dann wäre er definitiv meine Nummer eins. Ist aber halt leider nicht so. Oder was heißt leider nicht so? Ich finde es ja gut, dass die Strecken kurvenreich sind. Aber wenn wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen, Kaliko ist jetzt schon im Ziel und hat den Imperio wirklich auf der rechten Seite wirklich stehen gelassen. Er hat einfach wesentlich mehr Bumse unter der Motorhaube. Wenn wir hier schauen, Kaliko 52,9 der Imperio Vectrast 57,1,9 oder fast 57,2 das ist ein Unterschied von 4,2, 4,3 Sekunden. Das ist schon einiges. Aber wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie das Auto die Kurven nehmen kann, ist es einfach wirklich ein absoluter Traum. Erstens ist es absolut fahranfängertauglich, das Auto. Es hat Allrad, ja gut, man weiß jetzt nicht, was Rockstar da sich wirklich denkt mit Allrad, ob es da dann wirklich eine Funktion mit einbringt oder nicht. Aber mir kommt schon so vor, dass man das ja auch ein bisschen spürt, den Allrad. Und ich hätte definitiv hier mit dem Kaliko keine Chance gegen den Imperio hier. Denn ja, hier gibt es einfach nichts, wo man den Top Speed ja, benutzen kann, wo ihm der Kaliko so gut ist. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Kaliko schlecht in Kurven ist. Also jetzt nicht falsch verstehen, der Kaliko ist sehr, sehr gut in Kurven auch. Also sicherlich einer der, ja, definitiv besseren Tuners, was Kurvenlage angeht. Klar, keine Frage. Aber der Imperio ist halt einfach nochmal so viel besser in den Kurven. Wenn wir hier jetzt schauen, hier ist wirklich eng, hier müssen wir uns konzentrieren, hier durch, hier geht es schon wieder weiter. Also es ist ja wirklich Kurve an Kurve. Und da lässt sich halt der Imperio hier wirklich, ja, wie ein Kinderspielzeug durchgleiten. Ja, wie ein Buttermesser durchs Butter halt. Ja, und somit ist halt auch definitiv der Imperio halt meine Nummer 1. Und aus dem Grund halt, weil die meisten Straßenrennen doch sehr kurvig sind und dann halt eher, ja, das Auto halt den Vorteil hat mit der besseren Kurvendynamik. Und da ist halt definitiv der Imperio halt dann wirklich, ja, derjenige, der hat wirklich am allerbesten performt in den Kurven. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 1,7,9. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Mein Rekord ist bei 5,6, glaube ich. Das ist dann schon, ja, das ist dann schon ordentlich. Ich glaube, Weltrangplatz 20 kümmern sich aber auch nochmal gerne an. Als ganz zum Schluss. Aber der Calico, mit dem habe ich hier früher auch einiges gespielt, der tut sich schon schwer, überhaupt mal unter 1,10 zu kommen. Also wenn ich da dann eine gute 1,9 habe, das ist dann schon echt, ja, das ist dann eher schon eine gute Leistung. Also ich bin hier mit dem Imperio, bin ich hier auf der Strecke sicherlich um die 4 Sekunden pro Runde schneller als wie mit dem Calico, ne? Obwohl der Calico eben beim Topspeed vorher jetzt gerade, ne, 4 Sekunden schneller war wie er. Aber wenn es dann wirklich halt auf die Strecke geht, ne, die halt nicht nur gerade ausgeht, dann ist halt der Imperio einfach definitiv meine Nummer 1 und somit ist halt auch, ja, kann ich nur sagen, den Imperio kann ich wirklich empfehlen zu kaufen. Ja, ist anfängerfreundlich, macht Spaß und ja, damit könnt ihr wirklich viele, viele Rennen gewinnen. Und es ist auch nicht so, dass der Imperio jetzt nur Rennen gewinnen kann, die sehr kurvenreich sind. Ne, man kann natürlich auch, ähm, Börsen, ähm, Büroschluss meine ich, kann man natürlich auch gewinnen. So ist es nicht. Ähm, nur wenn man halt einen gleich starken Gegner hat, dann würde halt der Calico halt gewinnen, ne? Ja, wenn wir jetzt hier eben in die besten Liste hier rein schauen, ähm, ja, habe ich eine 1,5,69 äh, Weltrandlust der 23. Das ist schon, ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Und das bin ich eben in den Imperio gefahren. Hier steht jetzt der Cypher eben, der BMW, ähm, das stimmt nicht. Ähm, ich sage auch so, ähm, die sind es auch nicht mit den Euros oder Sultania ist klassisch wahrscheinlich gefahren, die Zeit, sondern die haben alle den, äh, Imperio hergenommen, nur die besten Liste, ja, die ist halt ein bisschen verpackt und stimmt halt einfach leider hinter und vorne nichts haben. Äh, das Einzige, was stimmt, ist die Zeit, das weiß ich. Und drum einfach nur nochmal so aus Beweis, dass sich das Auto wirklich lohnt, dass man da schon ganz schön nach oben klettern kann in der Weltrandluste. Ja, das war's jetzt auch eigentlich mit der kompletten Vorstellung eben von meinen Top 3 der besten Tuners eben nochmal. Platz 3 haben wir eben den Sultania Sklässig, ist eben so eine Mischung aus einem Karin und einem Imperio. Dann haben wir den Karin eben für, ja, für Topspeed-Strecken und eben den Imperio für kurvenreiche Strecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben, da würde mich auf jeden Fall freuen und ja, ich kann euch definitiv einfach empfehlen, kauft euch, wenn ihr das Geld habt, diese zwei Autos und dann habt ihr wirklich alles, was ihr braucht, um Rennen zu gewinnen. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar, wie ihr das findet, ob ihr mir da, ja, ob ihr gleicher Meinung seid, sag ich mal, oder ob wir da unterschiedlicher Meinung sind, würde mich auch mal interessieren. Auf jeden Fall, in dem Sinn würde ich jetzt einfach mal sagen, haut rein, euer Duzi und ciao.